Das war mega. Das war mega. Mega, mega geil. Unvergesslich. Unvergesslich. Nicht eklig. Wirklich. Sagt nichts und wenn ich ihr was sage, dann ist sie direkt beleidigt. Ja, erstmal schön gaslighten, ne? Warum kannst du da nicht mein sagen? Ich kann den ganzen Tag, aber ich wei in den Momenten befordert. Oh, der zwei Meter große Mann ist überfordert. Schwache Männer gehen zu schwacheren Optionen. Schwache Männer ziehen sich das ganze Leben aus so einer labilen Frau wie dir ja auch, ne? Es tönt mich so krass ab, wenn ein Mann einfach nicht Nein sagen kann. Und das ist das total gesunde Verhalten. Scheiße, aber was soll ich machen? Vielleicht erwachsen werden? Wegen einem Satz? Machst du mir zu viel Stress? Hör auf, jetzt sind Fehler bei mir zu suchen. Oh Gott, sie ist so gut. Oh mein Gott, sie ist so gut. Bitte, bitte bleibt weiter standhaft. Please hold for a very important message. Hallo liebe Schnuffelhasen. Das ist ja eigentlich gleich das Video von heute. Ich habe das Video für heute schon abgedreht und habe mich jetzt aber entschieden, noch eine klitzekleine Extra-Info für euch hier mit einzubauen. Und zwar, weil viele von euch das Bachelorette-Video nicht sehen. Es ist vier Stunden zwanzig lang und ist nun endlich fertig geprüft worden von YouTube. Es hat vier Tage gedauert. Und nun ist es so, also ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn ihr jetzt unter Videos geht, dann findet ihr das Video und es sieht so aus, als wenn es vor drei Tagen hochgeladen wurde oder vier Tagen. Ihr könnt es hier so sehen. Ich habe euch einen Screenshot gemacht. So. Und ja, das Video wurde veröffentlicht. Dann ging es in die manuelle Prüfung. Und da es auch so lang ist, hat es vier Tage gedauert, bis es geprüft wurde. Und dann war es auf einmal auf grün. Es gibt so ein Ampelsystem auf YouTube. Und nun ist es online seit Samstag, seit gestern. Und warum seht ihr das nicht? Ja, weil YouTube sich denkt, ah, das wurde doch schon vor vier Tagen hochgeladen. Ja, es war aber nicht sichtbar. Bla bla bla. Lange Rede, kurzer Sinn, damit ihr das nicht überseht. Und wenn ihr das sehen wollt, dann geht gerne unter Videos und guckt einmal so. Bachelorette. Da ist es. Und dann könnt ihr euch das gerne angucken. Und jetzt wünsche ich euch natürlich ganz viel Spaß mit dem heutigen Video. Und zwar, I is the one, Folge 19, wenn ich mich nicht irre. Kisses. Und ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Hallo, ihr Schnuffelhasen. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Sanyl, dein Lieblings-Roaster mit Herz. Und ich heiße dich willkommen zu einer neuen Reaction auf I is the one. Ich glaube, es sind jetzt Folge 19 und 20 sind diese Woche rausgekommen. Ja, ich bin hier mit meinen Hundis. Toni ist heute hier mit dabei, Charlie auch. Ja, wir gucken uns das zusammen an. Wir haben einen Samstag, so einen cuten Samstag, weil ich war gestern auf Geburtstag. Und zwar sehr, sehr lange. So, ich war um sechs oder so zu Hause. Und dann habe ich bis um 14 Uhr gepennt. Dann war ich Gassi an der Elbe. Hab dann jetzt noch zwei Stunden mit meiner besten Freundin Kata telefoniert. Und ja, war schön. War ein schönes Gespräch. Jetzt freue ich mich auf I is the one mit euch. Da versuche ich noch mal ins Jimmy zu gehen, bevor ich heute Abend wieder zum Essen verabredet bin mit einer Freundin. Das war's. Was kann ich so sagen? Ich habe gerade so ein richtig schönes Gefühl in meinem Leben. Und zwar war ich gestern wieder auf einer, also waren in einem Gay Club, in einer Gay Bar. Und ich muss sagen, dass ich mich da sehr, sehr wohl gefühlt habe. Also es war so damals immer ein Ort, lange, lange Jahre immer ein Ort, an dem ich dachte, irgendwie so nicht so genügend zu sein. Und mittlerweile gehe ich da rein und freue mich. Ich freue mich auf das Abenteuer. Ich freue mich so auf Flirts und so. Und ja, es war wirklich ein sehr, sehr schöner Abend. Ich war nur mit Pärchen da, aber ich sehe diese Beziehungen und denke mir so, okay, es ist möglich. Also ich denke mir nicht so, oh Gott, warum habe ich das nicht? Warum haben die das? Sondern ich denke mir so, okay, krass, das ist so ein befreundetes Pärchen von mir. Das hat halt auch so mit mir so getanzt. Aber dann waren die sich auch sehr, sehr viel so zueinander zugewandet, zugewandt. Und ich dachte mir so, voll schön. Dann habe ich die alleine gelassen, habe mich selber ein bisschen auf die Jagd begeben und dachte mir aber so, ich habe die nochmal so aus der Ferne mir angeguckt und habe gedacht, ihr seid so süß zusammen. Ihr seid so süß zusammen und ihr seid auch beide richtig bereit, euch zu committen. Die wohnen zusammen, die sind zuckersüß zueinander. Und er ist vor allem auch jemand, einer von beiden ist jemand, auf den ich selber mal stand. Also die Geschichte war eigentlich so, dass ich den einen davon zweimal, dreimal so gesehen habe bei Freunden und ja, ich mir dachte, wir hätten geflirtet. Und dann hatte ich ihn danach mal kontaktiert und habe sie gedacht, hey, ja, wir treffen uns vielleicht. Und dann habe ich aber eher so Körbe bekommen. Und zu dem Zeitpunkt, als ich meinen Ex kennengelernt habe, die ersten paar Male, die wir uns getroffen haben für One-Night-Stands, also bei uns, also für etwas Körperliches, bei uns fing das ja wirklich an mit etwas Körperlichem mit meinem Ex und mir. Da weiß ich noch, dass ich, wenn ich meinen Ex-Freund, der damals noch nichts für mich war, so im Arm hielt, weil wir eingeschlafen sind, hatte ich mir vorgestellt, dass das der andere ist. Also ja, mein Ex-Freund half mir quasi so ein bisschen über den hinweg zu kommen. Und ja, was mit meinem letzten Freund und mir ist, wisst ihr ja mittlerweile. Und er ist jetzt wiederum, dieser Kumpel mittlerweile, ist jetzt in einer glücklichen Beziehung. Und das hat natürlich so Potenzial, auf eine Art und Weise vielleicht zu zwiebeln im Sinne von, okay, man könnte ja so Gedanken anstellen wie, achso, ich war dir nicht genug oder ich war dir nicht interessant genug. Ich konnte dich quasi nicht für eine Beziehung gewinnen, aber jetzt hast du jemanden an deiner Seite und mit dem hat es geklappt. Aber ich meine es wirklich ernst, ich mag seinen Freund auch richtig gerne. Ich mag die beiden total gerne zusammen und ich habe gar nicht solche Gedanken. Es ist manchmal so situativ ein bisschen aufwühlend, vor allem wenn auch Alkohol im Spiel ist, denke ich mir manchmal so, wow, okay, was fühlst du gerade? Aber dann weiß ich immer wieder, nee, das ist voll schön. Ich freue mich wirklich für die und wünsche mir halt auch jemanden kennenzulernen, der bereit ist, sich zu committen, der Lust hat. Ich habe dann gestern Abend, ich habe viel getrunken, ich will das hier nicht schön reden, aber ich habe es halt gemacht und dann habe ich mir den für mich attraktivsten Mann rausgepickt und wir haben dann geknutscht. Und dann hätte das von meiner Seite auch weitergehen können, aber dann war es so, dass ihn ein anderer Mann angesprochen hat und er sich dem so voll lebendig, so enthusiastisch zugewandt hat und mich dann so links liegen lassen hat. Und wenn es ein Mann war, den er zum ersten Mal gesehen hat, dann so darauf zu reagieren in meiner Gegenwart, obwohl wir da jetzt irgendwie 20 Minuten miteinander rumgemacht haben, fände ich uncool. Und wenn es irgendwie ein Kumpel oder so gewesen ist oder ein Bekannter oder was auch immer, was ich nicht glaube und ich traue mittlerweile meinem Gefühl, dann hätte er mir ja kurz ein Signal geben können. Aber er hatte mich einfach so dann quasi so links liegen lassen. Und daraufhin habe ich mir so gedacht, okay, spannend, okay, ja gut, akzeptiere ich und dann bin ich gegangen und dann war das auch fein für mich. Weil, und darüber bin ich selber so ein bisschen erstaunt, dass mich das so nicht weiter Interesse haben lässt, wenn jemand kein Interesse scheinbar an mir hat. So für ihn scheint ja dann irgendwie nicht klar rübergekommen zu sein, warum es jetzt toll sein könnte, mit mir sich weiter zu beschäftigen. Und dann werde ich auch keine Überzeugungsarbeit mehr leisten. So, und das war voll okay für mich. Und bin ich nach Hause gegangen, habe gut geschlafen, fühle mich heute gut. Schön, dieses, dieses, dieses Triggerarme quasi mit solchen, mit solchen Situationen, so Triggerarm umzugehen, fühlt sich sehr, sehr befreiend an. Für jemanden, der wirklich viele Jahre irgendwie sehr gelitten hat, so. So, ne, Schatzi, darf ich dir kurz ein Kissen geben, benutzt meinen Arm so gerne jetzt als Unterlage, ne, aber Papa muss den Kommentar des Tages sprechen. Und zwar, gucken wir uns den jetzt an, hier sind so, habt ihr auch so eine Situation, irgendjemanden, wo ihr so sagt, okay, mit uns hat es nicht geklappt und danach war der scheinbar glücklich mit jemand anderem. Und wie ging es denn euch mit der Situation? Ich glaube, einige kennen das. Oh, so süßer, so süßer, kleiner Mops. Willst du dich da jetzt drauflegen? Oi, 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 ich lieb dich so. Oh, Pupsi. Hm? Das ist, glaube ich, ein schmerzhafter Kommi. Den lesen wir uns jetzt hier mal zusammen durch. So, und zwar kommt er von Romina, 6845. Ein Hase, also ich frage ja immer nur, wie es euch geht, den Hasen-Emojis. Und Romina geht es nicht so gut. Und zwar, ich bin seit elf Jahren in einer Beziehung, wo mein Partner mich und jetzt mittlerweile mein Kind, mein Sohn immer verlassen will, wenn es Probleme gibt. Oh Gott, das kenne ich von mir zu Hause auch. Ich fühle mich elendig jeden Tag und habe keine Lust und Leben, denn ich habe mein Leben einem Menschen verschrieben, der, obwohl ich alles für ihn und seine Familie getan habe, heute sagt, ich hatte sein Leben zerstört. Ich bin sehr empathisch und hilfsbereit, jedoch heute habe ich keine gute Meinung über mich. Diese Nicht-Wertschätzung mir gegenüber hat es dazu gebracht, dass ich das Gefühl habe, ich bin komplett falsch. Und paradoxerweise, so wie ich früher mich immer und überall beweisen konnte, heute ist es so, dass ich nirgendwo Fuß fassen kann, weil ich anscheinend meinen Selbsthass ausstrahle und meine Unsicherheit dazu führt, dass ich für jeden anstrengend bin, weil ich sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn habe und einfach nicht ab kann, wenn einer lügt oder irgendwas von Ehrlichkeit redet, aber genau das Gegenteil tut. Gut, ich habe immer gedacht, dass wenn man zu einem Ehrlich, Loyal und Direkt ist, wird sich immer jemand finden, der genauso ist und man sich daran festhalten kann. Nichts dergleichen. Man wird immer einsamer und unglücklicher. Deshalb, ich kann getrost bei jedem den Video direkt über einen Hasen kommentieren. Nochmal raus. Also, erstmal, tut es mir total leid, dass du in so einer Situation bist. Ich muss aber sagen, dass ich bei dir auch viel Reflexion sehe und das gibt mir sehr, sehr viel Hoffnung, weil du kannst schon erkennen, dass du gerade dir gegenüber nicht so viel Liebe übrig hast. Und du kannst auch erkennen, dass es ein Trugschluss war, so viele Jahre lang zu glauben, dass wenn du nett und gut zu jemandem bist, dass dieser auch nett und gut zu dir ist. Du hast eigentlich alle Zutaten, die du brauchst. Und dein Gerechtigkeitssinn ist etwas total Schönes. Und jetzt würde ich sagen, wird es deine Aufgabe sein, dich vielleicht mittels Büchern, mittels geführten Meditationen, da gibt es auch was auf YouTube, mittels vielleicht auch einer Therapie, ohne da jetzt zu forscht irgendwie zu sein oder über, wie nennt sich das, über, wie wisst ihr, was ich meine, grenzüberschreitend oder so zu sein, würde ich dir das empfehlen, weil du müsstest jetzt, glaube ich, einfach, einfach, ist nicht einfach, aber den Zugang zu dir so verstärken und dich liebhaben und dadurch dann auch lernen, dich abzugrenzen und nur Menschen deine Liebe zu geben, die diese auch erwidern. Das passt eigentlich ganz gut zu meinem Beispiel von gestern. Ich renne keinem hinterher und schenke keinem Liebe, Zeit, etc., wenn ich merke, dass ich das im Gegenzug nicht auch bekomme, wenn das nicht erwidert wird. Und fang doch vielleicht einfach an mit Dankbarkeitsübungen. Es gibt dieses 3-Minuten-Tagebuch, vielleicht kaufst du dir das einfach erstmal und schreibst einfach jeden Tag auf, wofür du dankbar bist und glaube mir, du wirst Dinge finden. Das hatte meine Therapeutin mir letztes Jahr auch an die Hand gegeben und das war echt gut für mich, weil ich hatte echt viele dunkle Gedanken und jeden Morgen, als ich aufgewacht bin, war ich erstmal traurig und da sind dann wirklich so Kleinigkeiten, auch so vielleicht die Begegnung mit der Kassiererin, die Begegnung mit dem Kassierer, das Gespräch mit irgendjemandem auf der Straße, so Kleinigkeiten und das wird deinem Hirn dazu helfen, dabei helfen, das Positive auch zu sehen, weil wir speichern immer das Negative ab. Der Mensch wäre ja auch nicht so, hätte nicht so lange sich durchgesetzt, wenn er sich nicht gemerkt hätte, wo Gefahren sind. Und daher, das Gehirn merkt sich, das Negative, das Gefährliche, darauf ist das Gehirn einfach ausgerichtet. Und so mit so einer Dankbarkeitsübung, glaube ich, könntest du langsam dich dahin bewegen, dass du dir immer mehr bewusst wirst über dein Wirkungsfeld. Weil im Grunde genommen hat jeder von uns alles das, was er braucht, hier in sich. Und du hast einen Sohn, für den du unendlich dankbar sein kannst, weißt du? Und dich, dass dein Körper dich auch einfach durchs Leben trägt, dass du machen darfst, was du machst. Das fängt morgens schon mit Aufstehen auf und allem. Und desto mehr du diese Säule, deine eigene, aufbauen wirst, desto eher wirst du auch deine Verlustangst bändigen können. Und dann soll er sich irgendwann einfach verpissen. Und du bist aber trotzdem strong. Okay? So läuft es eigentlich. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg auf diesem Weg, wirklich. Und danke, dass du deine Gedanken mit uns geteilt hast. So. Jetzt gehen wir rüber zu IsoOne. Und falls du neu bist auf meinem Kanal, würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn du ein Schnuffelhase werden möchtest. Tritt dieser ganz, ganz grandiosen Community bei. Werde ein Teil von uns. Hashtag nie wieder still. Sei nicht still. Weder in deiner Beziehung, noch in Freundschaften, noch auf der Arbeit. Und hier auch nicht. Lass uns wissen, wie es dir geht. In Form von Hasen-Emojis. So wie Romina das auch gerade getan hat. Ein Hasen-Emoji steht für mir jetzt nicht so gut. Schreibe auch gerne dazu, warum. Wir können uns vielleicht zusammen beratschlagen. Dir vielleicht auch Tipps mit auf den Weg geben, wenn du das möchtest. Drei Hasen-Emojis. So lala. Fünf Hasen-Emojis. Richtig gut. Lass uns auch wissen, was sich so gut fühlen lässt gerade. Vielleicht können wir das auch mit übernehmen in unser Dankbarkeitstagebuch. Und uns da inspirieren lassen, wofür andere Menschen so dankbar sind. Und was sie glücklich fühlen lässt. Das ist ja immer so ein Geben und Nehmen. Und so sich inspirieren lassen immer. Genau. RTL plus Premium-Abo ist an der Stelle ein Thema. Du kannst über mich sparen und zwar 50 Prozent auf den Abonnementpreis im ersten und im zweiten Monat mit dem Rabattcode Daniel. Und die genaue Anweisung findest du unten in der Infobox. Da hast du einmal alles in Steps erklärt. Und nun starten wir. Ich brauche einen Mann, der weiß, was er will und der das auch so kommunizieren kann. Ja, aber das ist nicht er. Und dann spielt er da an seiner Nudel rum, ne? Das ist nicht er. Er weiß nicht, was er will und er kann das auch nicht kommunizieren. Da bist du an der falschen Adresse, Schatz. Jetzt haben wir ein richtiges Problem. Zum Glück habe ich meine Hand nicht ins Feuer gelegt. Also ganz ehrlich, warum habt ihr nichts miteinander zu tun, wenn ihr angeblich so ein Perfekt-Match seid? Und sie so, zum Glück habe ich meine Gelnagellhand nicht ins Feuer gelegt. Das ist einzig gut, aber was passiert ist, ja? Der hat eh keinen kranken Bauchgefühl. Erstmal Dana, dann Laura, Alter. Ich vertraue dem nicht mehr. Also ganz ehrlich, kein Wunder, wieso der Herr noch Single ist. Okay, jetzt stellt sie sich da als der absolute Love-Guru, oder was? Kein Wunder, dass das Single ist. Der hat so ein scheiß Bauchgefühl, Leute. Ich habe so ein gutes Händchen für Männer, deswegen sage ich sowas. Das ist ja wirklich schrecklich. Also ich meine, der hat ja gar kein Bauchgefühl. Kein Wunder, dass das Single ist. Hallo? Drei müssen switchen. Ich muss mit Lars, safe. Ich nehme sie. Macht das Sinn? Arsch. Aber du kannst nicht nur nach Empfindung gehen. Wir müssen hier ein bisschen mit Kopf denken. Das ist aber nicht möglich. Weißt du? Da hat er ja auch schon so geguckt, wie als wenn er in einer Sackkasse wäre. Ich kann wie mit Kopf. Ich habe den nicht. Ich habe den. Der funktioniert nicht. Dann guckt er so leer, wie so. Ich weiß nicht, Leute. Wenn zwölf Leute etwas sagen, aber zwei Leute auf ihre Meinung beharren, dann ist das kein Teamplay. Er hat einfach nur ausgesprochen, dass er denkt, dass ich sein Perfekt-Match bin. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er mein Perfekt-Match bin. Aber trotzdem heißt das ja nicht, dass wir uns wählen. Und jetzt wird halt die ganze Zeit auf uns rumgestochert. So als ob man die ganze Zeit einen Schuldigen sucht, der dafür zuständig ist, dass es einfach nicht gut läuft. Wir wollen alle gewinnen. Doch, du sagst etwas. Du erzählst hier die mit ihrem Liebesding und bla bla bla. Und ihr redet in ihrer Anwesenheit darüber, dass sich zwei Leute querstellen. Es hat ja niemals jemand gesagt, dass die sich querstellen. Also ich finde es gut, dass Laura die Fresse aufmacht. Sie ist halt so eine gute Gegnerin für so jemanden. Ich glaube, sie könnte niemals zusammen sein mit Lukas. Sie würde ihn auseinandernehmen. Sie würde dem wirklich einmal seine Leviten lesen. So heißt das, ne? Weil Menschen wie er brauchen eher so labile Girls wie Jenny. Oder Partner allgemein. So mit so einer, die macht dir das Leben zur Hölle. Und da flüchtet ein Narzisst ja auch. Ganz, ganz schnell. Ich sage, das geht Richtung dumm. Sagt einfach ein Kahn. Also ich sag mal so, wenn ein Kahn dich als dumm bezeichnet, ne? Dann hast du einen neuen Tiefpunkt in deinem Leben erreicht. Ehrlich. So ein Verhalten ist dumm. Auch Jenny. Jenny, dein Verhalten ist dumm. Wenn man sich so anguckt, wie du dich mit Lukas verhältst, was du dir da bieten lässt und so. Das ist auch dumm für dich und deine Seele. Verstehst du? Ich glaube nicht, dass du es so wirklich auf Dauer was lernen könntest, bin ich ganz ehrlich. Weil als wir heute geredet haben, ich habe irgendwie von ihm dazu die Vibes, dass er mit dir eine Beziehung will. Oh, ihr seid so, es tut mir so leid für euch, ne? Ja? Dass ihr so wenig bei euch seid, sondern immer irgendwie woanders. Immer irgendwie bei den Männern, die euch nicht wollen. Das ist so krass. Das ist so krass. Was juckt die das? Also ich frage mich halt wirklich, was juckt euch das? Das ist so heftig. Statt euch mal irgendwie so auf euch zu besinnen, auf die Zeit dort. Keine Ahnung, ihr seid so richtig immer bei denen. Bei Nikola, bei Lukas. Ihr seid wie so besessen schon. Ich schwöre, eure Beziehung, die wäre so geil. Wird, die ich wäre. Wird. Den kleinen Fratz, da ziehe ich noch. Wird eventuell. Ah, ne, okay, ich nehme es zurück. Sorry, sorry, sorry. Also auch, weil die reden ja auch über Nikola und so. Aber das ist jetzt voll cool von Nadja, dass sie ihrer Tara mal ein bisschen die Augen öffnen möchte. Stimmt. Ne, das ist jetzt ein direkter Talk. Ich muss sagen, das finde ich sogar sehr, sehr gut. Dass sie ihr das da so einmal sagt, ja? Mit Laura richtig heftig rumkommt. Ja, aber nicht voll. Was? Ja. Also ohne Zunge. Guck mal, die haben schon rum. Sie hat sich nicht im Mund gemacht. Das war richtig Vollgas mit Zunge. What? Und Lars. Geht mich wohl anklogen. Das ist doch eindeutig ein Bussi, liebe Leute. Das ist doch eindeutig ein kleiner Bussi. Ach, jetzt kommt das erst raus. Sorry, so sieht ein Oma-Kuss für mich nicht aus. Das ist so lächerlich. Also bei allem Respekt. Und er dachte, damit kommt er durch. Nein. Nein. Nicht mit mir. Das ist doch richtig. Ich krieg wieder Sendezeit. Oh mein Gott, danke Schatz. Ich schulde dir so viel Sendezeit. Danke, dass du mir das jetzt hier möglich machst. Dass ich schon wieder einfach ein Thema habe, um hier relevant zu bleiben. Oh mein Gott. Ich hab' ihr gesagt, wenn ihr die Gefühle habt, sag's mir. Ich muss es niemals machen. Ich hab' ihr gesagt, ne. Ich hab' ihr gesagt, ne. Ach so, jetzt dreht das um. Jetzt ist er so, hä? Also es geht jetzt ja darum, dass er gelogen hat, ne. So, und jetzt wird er ertappt. Und jetzt sagt er so, hä, aber ich hab' ihr doch die ganze Zeit gesagt, sie soll ja keine Gefühle aufbauen. Und jetzt hat sie aber Gefühle. Das ist voll die Tatortveränderung. Er verändert einfach voll den Schauplatz. Ey, das ist so hoch manipulativ, ne. Das ist so krass. Das mag hier zwar wie so eine Kleinigkeit erscheinen, aber in so toxischen Beziehungen ist das mit eins der allergrößten Probleme. Es geht gerade um die Tatsache, dass du sie angelogen hast. Können wir das einfach klären? Was hat das andere gerade damit zu tun? Das hat doch damit gerade gar nichts zu tun. Ich glaub' inzwischen nervt ihn das auch. Das Problem an Larsi ist, dass er noch nicht mal Gefühle für sich selber hat. Also keine positiven zumindest. And that's the big problem. He is so fucking lost. Wirklich. Der hat keine Gefühle für sich, der hat keine Gefühle für Gabi, der kann gar keine Gefühle aufbauen. Das ist ja das Problem. Ja, warum rennt er denn weg von mir? Also nicht, weil ich irgendwie angsteinflößend bin. Ich bin schon irgendwie. Haha, was? Was? Dass sie angsteinflößend aussieht? Oh Gott, Leute, ihr seid so lustig, ne? Ähm, vielleicht haben die wirklich Angst vor dir. Ganz ehrlich. So wie du da besessen bist, davon irgendwie aufzudecken, welcher Mann wie standhaft ist. Also es ist ja schon, ich glaube, dass sie so wirklich, wirklich krasse, krasse Ego-Probleme hat. Also sie will unbedingt als krassestes Objekt der Begierde wahrgenommen werden. So jetzt nach diesen ganzen Eingriffen. Und so als heißes Fußballer-Girl mit ihrem FC Bayern, äh, hier Account und so. Sie will so die Horte sein, auf die jedermann steht und ist dem mal nicht so. Dann gibt das Ganze den Bach runter. Ich habe vorhin gerne was gesagt, ob ich sexy wäre, wenn wir draußen sind. Okay. Ich will dich nicht in Schwierigkeiten drängen. Ich habe es immer mal gefühlt. Also für mich hat sie eine leichte, äh, mittelschwer, mittelgroße Schraube locker. So, bis groß. Mittelgroß bis groß. Guck mal, Doni stimmt so. Wie sie dann so kommt, so, ich muss nicht draußen was sagen, aber nicht hier, weil ich will dich nicht in Schwierigkeiten bringen und dann so, äh, äh, äh. Und dann so, ich sage es aber trotzdem jetzt. Ich fand es heute voll schön, wie wir gepflanzt haben. Ich will dich so, okay, danke, tschüss. Ach, ich muss, ich fand es richtig schön, wie wir heute getanzt haben, ne. Das war geil. Ja, voll. Ich habe es voll gefühlt. Oh, er ist auch so ein falscher Natter, ne. Er ist ein falscher Wuffi. Den kannst du auch nicht irgendwo loslassen alleine. Das ist so, wenn du mit dem zusammen bist, hast du verloren. Ja, es ist auch richtig geil, ja. Ich habe es auch gespürt in meinem ganzen Körper. Es war mega. Es war mega. Mega, mega, mega geil. Mega geil, ja. Ja, es war mega geil bei dir. Unvergesslich. 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 Richtig eklig. Wirklich. Ich bin so widerlich. Auch wirklich so respektlos Laura Braun gegenüber. Ehrlich. Unvergesslich. Richtig geil mit dir. Ja, geil. Ja, geil. Es war richtig geil. Und sie so, aber ich will dich nicht in Schwierigkeiten bringen, gell. Aber ihre einzige Mission ist, ihn in Schwierigkeiten zu bringen, weißt du? Je stärker eine Frau versucht, desto mehr kannst du sehen, wie stark dein Mann ist. Gebe ich dir 100% recht? Ja. Eigentlich ja. Also, man fragt sie natürlich, okay, warum macht Laura Blond das? Weil sie Komplexe hat wahrscheinlich. So starke, tiefgehende Minderwertigkeitskomplexe. Okay, aber gut. Am Ende des Tages kannst du einfach nur froh sein, dass, ja, jemand diesen Job übernommen hat, seiner Defizite wegen. Und du einfach weißt, dass dein Typ ein Lappen ist. So. Mehr kannst du da einfach, glaube ich, gar nicht hinzufügen, oder? Hä? Steht er da jetzt einfach und spannert einfach so? Alter, das ist, hä? Diese Staffel ist wirklich anders. Ich sag's euch, was ist das? Was gucken wir uns da eigentlich an? Alter, siehst du so? Und er steht da und macht wahrscheinlich noch so, so, ja, ja, Lara Blond, ja, ja, ja. Ich muss mich sauber machen. Und dann macht sie noch so den hier so, die macht es auch unten so sauber. Und dann zieht sie sich das so in die, in die Ritze rein, so, ah, ich muss sauber machen über allen. Das Ding ist halt einfach, dass alle Jungs willig werden, was mit mir zu haben, alle. Auch ein Kahn, der mir dann beim Duschen zuschaut und sagt so, wenn Tara nicht wäre. Aber wie glücklich sie ist, hä? So, jeder Typ möchte was mit mir haben. Selbst Kahn, alles. Also ich liefer ihm halt wirklich eine Show, für die man eigentlich 10.000 Euro bezahlen müsste. Also ich leg mich auch richtig ins Zeug und gebe alles. Und selbst er würde mit mir schlafen. Jeder hier möchte mit mir schlafen. Könnt ihr einfach mal sehen, was für eine krasse Frau ich bin? Heute möchte jeder mit mir schlafen, okay? Und darüber mache ich mich aus. Das ist mein Wert, dass jeder Mann über mich rüberrutschen möchte. Das ist für mich wert. You know what I mean? Ja. Du möchtest nicht mehr mit mir reden, oder was? War ich angepisst oder du? Ich war nicht angepisst. Oh, er ist so ein Manipulator. Boah, ist das krass. So ein toxischer Typ. Ey Jill, sei froh, dass du den los bist. So, sie wäre zu Recht angepisst, weil er sie angelogen hat. Und was er macht, ist einfach gar nicht auf sie zugehen. Und sie sucht jetzt irgendwie das Gespräch und er so, war ich angepisst oder du? Ja, aber warum war sie angepisst? Weil du gelogen hast. Guckt ihn euch mal an, einfach. Wirklich. Da möchte ich meine Haare rausreißen vor Wut und schreiend davonlaufen. Wirklich. Oh, so ein schlimmer Boy. Ich sag es euch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Pfoten weg. Wer war ganz angepisst? Wer ist dann weg? Diesen Baby, Lars. Wirklich. Gut, dass sie auch ihm einmal so zeigt, wie lächerlich er eigentlich ist. Ne? Sagt nichts und wenn ich ihr was sag, dann ist sie direkt beleidigt. Ja, erstmal schön gaslighten, ne? Richtig schön. Sie redet ja nicht mit mir. Ja, und wenn du mit ihr redest, lügst du. Ne, ist sie direkt beleidigt? Du bist selber gerade beleidigt? Also er macht alles, alle Red Flag Aktionen, die man auf psychischer Ebene machen kann, macht er gerade. Wenn ich dir sag, du kannst machen, was du willst, dann kannst du machen, was du willst. Ja, aber dann musst du ja auch, wenn du dann gemacht hast, was du gemacht hast, kannst es ja auch einfach ganz offen sagen. So, du kannst, du bist voll, voll das wehende Blatt, Alter. Wenn du da bist und sagst, mein Standing ist, ich kann ja machen, was ich will und du kannst machen, was du willst, dann kommst du zurück nach einem Date mit Laura Blond, mit der du rumgeleckt hast und sagst, ich hab mit der rumgeleckt. Und dann lügst du nicht, dass es nur ein Bussi war, weil dann macht es schon wieder keinen Sinn. Aber schön, einfach nochmal einen Strohhalm gegeben für die Zukunft. Bleib einfach noch ein bisschen an der Strippe. Es ist ja auch kein eindeutiges Nein. Merken wir alle, ne? Ist ja auch kein eindeutiges Nein. Also verlieren möchte er sie schon mal nicht. Ne? Er möchte sich schon gerne noch ein bisschen warm halten. Oh, ich liebe solche Red Flags. Ich liebe es, wirklich. Und auf solche Männer bin ich mein Leben lang reingefallen. Auf solche Lost Dudes. Ehrlich. Ich würde ihm gar keine Plattform geben, ne? Ich wäre wirklich so, heutzutage turnt mich sowas so ab. Das turnt mich so ab, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wieso er mich das abturnt. Da wäre ich so, Digga, du würdest keine Sekunde mehr Macht haben über mich, Junge. Geh in den Kindergarten nochmal, löse deine Wunden und keine Ahnung, mach was du willst, aber nicht mit mir. Wirklich. Da sterbe ich lieber erfüllt mit mir und meinen Freunden und meinen Haustieren und mit meiner Erfüllung, als mich irgendeinem Typen da auszusetzen, auszuliefern. Ehrlich. Aber ich habe keine Gefühle, die Richtung Liebe gehen. Ja, so geht es mir ja genauso. Ne, dir geht es nicht genauso. Ihr meint jetzt nicht das Gleiche, Schatz. Du willst schon sowas von ihm. Das sieht ein Belinda mit Knückenstock. Deshalb mach ich ja auch, hab ja auch meinen Spaß und lerne die Leute kennen und knutsch halt auch gern rum. Ja, ja, jetzt auf einmal hast du rumgeknutscht. Also, weil es war ja ein Bussi. Also, deswegen hast du ja auch deinen Spaß und stehst nicht dazu, oder was? Mhm. Okay. Makes no sense for me. Aber ich bin jetzt nicht verliebt oder hab Butterflies in meinem Stomach. Mhm, hab ich nicht. Aber als es auf der Kippe stand, dass du eventuell dieses Format verlassen könntest, bin ich in mir zusammengebrochen, weil ich keinen Tag länger hier ohne dich verbracht hätte, aber nicht, weil ich Butterflies in meinem Stomach hab. Oh my gosh, no. Hell no. Ich hab da schon drauf gewartet, dass du jetzt endlich mal rausdrück, was Sache ist. Ja. Danke bei dir. Aber. Nix, aber. Sag einfach, ja, Gutes. Ich kenn. Ja, Gutes. Okay. Du wolltest gar nicht sagen, dass du machen darfst, was du willst. Hä? Oh Gott, du bist so wirklich schlimm, schlimm, schlimm. Ich hab's auch gemerkt, so wie es jetzt von mir war, so anhänglich und so ganze... Weil, wer hat wen im Arm? Habt ihr grad gesehen, wie er sie umfasst und umarmt und so? Weil sie war das alles. Du nimmst dir einfach aus beiden Welten das Beste. Verstehst du? Das sind so diese ganzen gestörten Menschen, die auch sagen, ja, Frau, ich hab Plus. Aber dann wollen sie mit dir essen gehen und beide übernachten und so. Und am besten noch deine Familie kennenlernen. Aber ich will keine Bindung. Aber ja, ich lerne schon mal deine Mutter kennen. Macht richtig Sinn. Ja. Genau. Ich nehme alle Vorzüge, die eine Bindung haben könnte. Gemeinsam sich was emotional aufbauen, kuscheln, etc. Aber wenn's dann um so Verbindlichkeiten geht, Commitment. Nee, nee, nee. Wir sind ja nur Freunde bloß. Ja, ja, ja. Aber lass mal ein romantisches Date am 14.02. haben. Valentinstag. Weil das richtig gut zusammenpasst. Aber ich kenn das nicht so. Ja, dann leg's ab. Nee, leg's nicht ab, sondern schick ihn zur Hölle. Dann leg's ab. Hä? Vor allem sie ist ja die konstruktivere, die gesündere in dieser Geschichte. Weil sie lässt Nähe zu. Dass du einfach verstört bist aufgrund deiner Kindheit und aufgrund der Geschichte mit Jill oder anderer Liebschaften. Das ist normal, oder was? Ne? Sich so zu verhalten, aber zu sagen, wir haben keine Gefühle aneinander. Und wir lügen uns an. Ja? Dann stell's ab. Also, genau. Oh, das kenn ich so. Oh, das kenn ich so. Mein gestörter Ex hat zu mir auch immer so gesagt, du bist viel zu sensibel. Du bist viel zu... Fick dich, Alter. Ja. Also wirklich. Jetzt ist klar, jetzt werde ich da ein bisschen Rücksicht nehmen. Weil das hat doch was mit Respekt zu tun. Mhm. Red einfach offen. So wie ich natürlich auch, ne? Ja, jetzt wird er sie erst recht anlügen. Warum kannst du da nicht nein sagen? Ich kann nicht sagen, aber ich war in den Moment überfordert. Oh, der zwei Meter große Mann ist überfordert. Manchmal ist überfordert. Aber du warst nicht überfordert zu sagen, das war geil, das war geil, das war geil, das war geil, das war unvergesslich und so. Aber du kannst auch einfach sagen, hm, okay, du musst ja nicht voll drauf eingehen. Und dann zieht er diese Karte von, ich bin überfordert, ich bin so ein großes Baby und ich kann gar nicht anders in dieser Situation als unloyal zu sein. Nee, ganz ehrlich, und deswegen sage ich euch das, er hat so faustig hinter den Ohren und er hat sich dieses Image erarbeitet, dass er so, ich bin so ein riesen Baby und dann denkt er so, dass, ja, er will halt, dass die Leute dann sagen, ach, dem Nikola, dem kann man das gar nicht übel nehmen. Der weiß gar nicht, wie ihm geschieht und was er so macht. Junge, du hast das faustig hinter den Ohren, glaube mir, glaube mir. Das nervt mich auch, äh, eigentlich richtig. Digga, und was machst du da mit deinem Pümmel, Alter? Was machst du da? Was ist das? Was quetscht du dir da vorne, warum hast du Schimmel oder was? Da unten oder ein Pilz oder so, oder? Ich verstehe es nicht. Ja, ich liebe diese Spiegel. Ach du Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Guck dich mal den Lukas an, wirklich. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Weißt du den Grund, warum er dich angelungen hatte? Nee, er hat es halt nur anders empfunden. Was? Er hat einen Zungenkuss, der intensiv über eine Minute ging, als Bussi empfunden. Okay. Und du findest, das ist nachvollziehbar? Hm? Dass man, ja, ja. Dass man da so eine differenzierte Wahrnehmung von haben kann. Mhm. Ja. Oh mein Gott, Schatz. Ich wünsch dir wirklich nur das Beste fürs Leben. Das wird richtig toll. Alles, was auf dich zukommt, wird wirklich toll. Schwache Männer gehen zu schwacheren Optionen. Ja. Nee. Schwache Männer ziehen sich das ganze Leben aus so einer labilen Frau wie dir ja auch, ne? Falls du es merkst. Weil scheinbar ist er ja noch da. Auch der Lukas klebt ja an dir, ne? Du bist jetzt nicht die Starke, weil du dich von dem komplett einmal verarschen lässt. Und hops nehmen lässt. Und betrügen lässt und so. Du bist jetzt auch nicht so viel stärker in der ganzen Geschichte, ne? Du drehst dich um, gehst du so weg, guckst du weg immer. Was soll ich vor dir verstecken? Ja. Chill doch. Ich chill. Das ist auch schon wieder Manipulation, ne? Sie wird es auch gar nicht verstecken. Sie ist einfach abgeteilt von dir und dann so chill doch. Statt mal sein Verhalten zu reflektieren, gibt er ihr wieder das Gefühl, sie ist verkehrt. Chill doch. Du bist voll die Drama-Queen. Chill doch. Merkt ihr das eigentlich? Es ist so subtil, ne? Aber es findet in jeder einzelnen zwischenmenschlichen Beziehung dort statt. Die Manipulation einfach. Chill doch. Du übertreibst voll. Das Gaslighting. Fact. Fertig. Hör auf damit. Du hast etwas falsch gemacht. Sie ist berechtigterweise sauer auf dich. Enttäuscht von dir. Entsetzt. Dass so ein erwachsener Mann sich wie ein Baby verhält. Und dann kommst du und sagst, chill doch. Aber es törnt mich so krass ab, wenn ein Mann einfach nicht Nein sagen kann. Und das ist das total gesunde Verhalten. Dass wenn ein Mann dir gegenüber scheiße ist und auf deine Gefühle kackt. Ja? Dass du dann abgetörnt bist. Und nicht angetörnt bist und noch mehr von diesem Klebstoff haben willst. You know? Sondern es ist genau das Gesunde, sich dann zu distanzieren. Weil ich finde bei dir nicht das, was ich brauche. Und ich gebe Acht auf mich und muss mich beschützen in diesem Leben. Und deswegen törnt es mich ab, dass du so ein Witz bist. Verstehst du? Deswegen verstehe ich nicht, dass du nicht Nein sagen kannst. Ich verstehe es auch nicht, dass ich das in dem Moment nicht gesagt habe. Also wenn du das selber nicht verstehst, dann bist du halt lost. Weißt du? Und dann passt es aber auch nicht auf mein Gesuch. Weißt du? Meine Stellenausschreibung war anders. Ich suche nicht so einen großen Lappen, der nicht weiß, wer er ist. Der da immer so steht und sich an den Eiern rumspielt. Und keine Ahnung hat, wie ihm geschieht. Weil er einfach nicht weiß, was er tut. Das ist, boah, Small Dick Energy. Ja, also ich finde nicht das, was mit Small und Big Dick zu tun hat. Du kannst auch Small Dicks haben, die einfach wissen, wer sie sind. Das gibt es ja auch. Damit würde ich das nicht in Verbindung bringen. Aber es ist halt lappig. Scheiße, aber was soll ich machen? Vielleicht erwachsen werden oder loyal werden. Dich mal üben darin. Ein bisschen aufrichtiger durchs Leben zu gehen, zu watscheln. Aber was soll ich machen? Er lebt in so einer vollkommenen Passivität. Er hat keine Ahnung, wie ihm geschieht. Er weiß es einfach nicht. Das ist alles passiv. Was soll ich machen? Ja, anders agieren? Vielleicht? Nicht so eine falsche Schlange sein? Und ich brauche einen Mann, der mir Sicherheit gibt. Und wenn du mir eigentlich sagst, ich will mich nicht mehr. Warte, stopp du. Ja? Laura, bitte. Ey, ehrlich. Wegen dieses Ding machst du mir so viel Stress. Guck mal bitte. Warte, stopp. Was? Du übertreibst ja schon wieder wegen dem. Wegen dem unloyalen Flirt willst du mir jetzt so. Ja? Genau. Genau. Aber er ist wieder am Gaslighten. Sag mal, spinnst du denn? Warte. Der hat faustdick hinter den Ohren. Der Typ, ne, hat hier wirklich in meinen Augen gezeigt, dass er nicht so ein naives Dümmchen ist. Sondern der hat faustdick hinter den Ohren. Guckst du wirklich? Jeder fucking scheiß Fehler von mir. Doch, suchst du es. Oh mein Gott. Jetzt sucht sie jeden fucking Fehler bei ihm. Er macht auch schon wieder so eine Umkehr. Jetzt ist er auf einmal sauer auf sie. Obwohl sie berechtigterweise sauer ist auf ihn. Aber jetzt sagt er schon wieder, du versuchst jeden Fehler an mir zu finden. Ja. Genau. Und jetzt ist er sauer. Ich hoffe wirklich, dass sie standhaft bleibt und dass sie dieses Gruselspiel durchschaut und dass sie nicht schwach wird. Leute, diese Menschen sind für mich wirklich krank. Ich meine es wirklich ernst. Das ist krank. Das ist wirklich krank. Wegen einem Satz? Magst du mir zu viel Stress? Hör auf, jetzt den Fehler bei mir zu suchen. Oh Gott, sie ist so gut. Oh mein Gott, sie ist so gut. Bitte, bitte bleib weiter standhaft. Es war nicht nur ein Satz. Es waren ungefähr fünf Anläufe, wo du meintest, ja, vergess mich. Geil. So geil. So geil und so. Das war nicht ein Satz, mein Schatz. Und dieser Satz hatte Gewichtung. Okay. Du kannst auch zu einer anderen Frau sagen, ich möchte dich so gerne hier bumsen. Ja. Und dieser Satz hat einfach ganz viel Gewichtung. Weil deine Partnerin möchte nicht, dass du diesen Satz einer anderen Frau entgegenbringst. Also erstens war es nicht ein Satz. Es waren fünf. Und zweitens könnte es auch nur ein Satz sein, der das Fass zum Überlaufen bringt oder den sie nicht akzeptiert, weil sie sich selber wertschätzt. Verstehst du? Dein Ding ist einfach nur, dass du bislang an Frauen geraten bist, die sich selber nicht wertschätzen. Und deswegen ist auch so eine Gloria fünf Jahre an dir hängen geblieben, obwohl sie dich wahrscheinlich nach einem Tag hätte rauskicken müssen. Verstehst du? Das ist das Problem. Aber Laura Braun scheint einfach eine Frau zu sein, die etwas von sich hält. Verstehst du? Die sich etwas mehr oder mehr gefunden hat als andere Menschen. Verstehst du? Und die setzt Grenzen. Nur wegen diesem Nein ist jetzt alles. Ja, du musst lernen Nein zu sagen. Och Mann ey. Och Mann ey. Och Mann ey. Nur weil ich zu anderen Frauen nicht Nein sagen kann, ist das jetzt vorbei? Ja, also Schatz, also das ist ja schon eine Sache mit großer Gewichtung. Ob du zu einer anderen Frau nicht Nein sagen kannst. Nur weil ich nicht Nein sagen kann zu anderen Frauen. Sag mal, bist du gegen die Wand gefahren? In Serbien? Bist du mit dem Traktor gegen die Wand gefahren oder irgendwie sowas? Jetzt mal ganz im Ernst? Was ist da los bei dir? Das ist das große Problem. Wenn du nicht Nein sagen kannst zu anderen. Hä? Das, das geht nicht. Mann ey. Er ist wie ein kleines Baby. Och Mann ey. Och Mann ey. Och Mann ey. Och Mann. Ich habe nur Nein vergessen zu sagen, weil ich auf Eier warten wollte. Ach, jetzt hast du vergessen. Du hast nicht vergessen Nein zu sagen, du hast selber Dinge ausgesprochen, du Lügner. Ja, aber das bedeutet nicht, dass ich zu ihr gehen werde und sie bumsen werde oder keine Ahnung was. Oh Gott. Lauft ey. Och, ich finde Nicola so unattraktiv. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wenn ich Nicola sehe und denke so, Gott, lass mich hetero werden wieder. Dann kriege ich also, kriege ich einen richtigen Ick. Wirklich. Denke ich mir so. Wirklich. So ein Baby. So ein Baby. So überhaupt nicht wissend, wohin er möchte mit seinem Leben. Das ist so krass. Also wirklich. Lauft. Da könnt ihr lieber, was weiß ich, mit Hunden, mit Welpen spielen. Habt ihr mehr Spaß. Habt ihr mehr Fun. Ja, was sagst du zu dieser Folge? Wie hat euch diese Reaction gefallen? Was sagst du? Wie geht es dir heute jetzt so nach der Folge? Ein Hasen Emoji. Nicht so gut. Verstört. Fünf Hasen Emoji ist richtig gut. Ja. Wobei ich mich das stark wundern würde. Und dann sagen wir noch gerne, wir sind 13 plus 13. Falls du das Video bis zum Ende geguckt hast. Love you. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.